Die Schauspielerin und Regisseurin Vera Tschechu war es tot. Sie starb am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Berlin, wie die Agentur Ute Nikolai am Donnerstag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Zuschauer kennen die Frau mit den markanten Augen aus Filmen wie Zeit der Empfindsamkeit, Rausch der Verwandlung sowie aus Fernsehserien. Für die Böll-Verfilmung des Brot der frühen Jahre bekam sie 1962 den Bundesfilmpreis. Mit ihrem damaligen Ehemann Vadim Glowner drehte sie in den 80er Jahren den Kernbeitrag des Pirado City, die Max-Frisch-Verfilmung Blaubart und den Dokumentarspiel Film Tschechow in meinem Leben über ihre berühmte russische Familie. Sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter waren Schauspielerinnen. Der Dichter Anton Tschechow ist ihr Urgroßonkel. Der große Name war für sie auch eine Herausforderung. Oh, jetzt kommt die Tochter von der Tschechowa, hieß es früher. Das hat die Schauspielerin in jungen Jahren angespornt. Ursprünglich wollte sie Bühnenbildnerin werden. Das Schauspielhandwerk lernte sie in Berlin und München. Die Leinwandkarriere begann 1956 in Heinz-Erhards-Witver mit fünf Töchtern, einem typischen Film der Wirtschaftswunderzeit. In diese Ära fällt auch eine Begegnung mit Elvis Presley. Die junge Tschechowa wurde mal als Petersilie zu einem Fototermin mit Elvis geholt, als dieser als US-Soldat in Bad Nauheim stationiert war. Viel später gab es dann eine weitere Begegnung mit dem King, als Tschechowa in München Theater spielte, hörte sie, dass ein einziger Mann die ganze Vorstellung gekauft habe. Und so saß Elvis im Saal, die Füße auf der Lehne und ohne ein Wort zu verstehen. Zuletzt lebte die Schauspielerin zurückgezogen. Mitte der 90er Jahre stand sie ein letztes Mal vor der Kamera. In ihrem Leben habe eindeutig das Glück überwogen, sagte Vera Tschechowa vor einigen Jahren in einem Interview. Bis zu ihrem Tod war sie mit dem Unternehmer Peter Pasek verheiratet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017